Große Veränderungen beginnen mit kleinen Ideen, die zur Vision und später zur Wirklichkeit werden. Unsere Welt braucht große Veränderungen, heute mehr denn je. Globale Herausforderungen wie der Klimawandel oder Pandemien zeigen uns, dass wir lernen müssen, mit Unsicherheiten umzugehen. Wer nachhaltige Veränderungen bewirken will, der braucht den Mut, Kreativität zuzulassen, Verantwortung zu übernehmen. Innovative UnternehmerInnen gestalten unsere Zukunft, haben Spaß dabei Verantwortung zu übernehmen und schaffen vieles, was bis dahin als undenkbar galt. Was sie erfolgreich macht, ist das richtige Mindset und die Motivation alles andere zu lernen oder die Leute ins Boot zu holen, die die eigenen Schwächen ausgleichen. Denn niemand wird als erfolgreicher Unternehmer bzw. Unternehmerin geboren. Egal ob du nun Architektur, Tourismus, Informatik, Design, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften studierst. Im Hochschulzertifikat Unternehmerisches Denken und Handeln lernst du, wie du mit einem Entrepreneurial Mindset eigene Ideen verwirklichen kannst, ob als Entrepreneur oder als Intrapreneur in bestehenden Organisationen. Neben deinem Studium bekommst du hier die Möglichkeit, dir diese notwendigen Zukunftsskills anzueignen. Wir unterstützen dich mit unserer Erfahrung und unserem Know-how, damit du Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft übernehmen kannst. Und das bedeutet bei uns vor allem eins – Machen! sniffling rock 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 kr